Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und irgendwo da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorigen Folgen führt. Wie ihr seht, ist das heute mal eine Folge im Freien. Das hatte ich auch so nie und nie gemacht. Nichtsdestotrotz, es gibt immer ein erstes Mal. So, ich spring mal auf die Seite, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ah, da habe ich es schon. Okay, ich habe natürlich wieder etwas vorbereitet. So, und die erste Sage heute heißt Der Schuster zu Lauingen. Auf dem Hofthume von Lauingen findet sich ein Bild, das die nachstehende Sage erklären soll. Zur Zeit, als die Heiden oder Hunden bis nach Schwaben vorgedrungen waren, rückte ihn der Kaiser mit seinem Herre entgegen und lagerte sich unweit der Donau zwischen Lauingen und dem Schlosser Farmingen. Nach mehreren unentschiedenen Gefechten kamen endlich Christen und Heiden überein, den Streit durch einen Zweikampf entscheiden zu lassen. Der Kaiser wählte hierzu den Marschall Karlantin, Pappenheim, als Kämpfer, der den Auftrag freudig übernahm und nachsahm, wie er den Sieg erringen möchte. Der trat ein unbekannter Mann zu ihm und sprach Was sindst du? Ich sage dir, dass du nicht für den Kaiser fechten sollst, sondern ein Schuster aus Henswil ist dazu ausersehen. Später Lauingen Karlantin versetzte Wer bist du? Wie dürfte ich die Ehre dieses Kampfes von mir ablehnen? Ich bin Georg Christi Held, sprach der Unbekannte Und zum Wahrzeichen nimm meinen Däumling Mit diesen Worten zog er den Däumling von der Hand und übergab ihn den Marschall, der sofort zum Kaiser eilte und ihm den Vorfall erzählte. Hierauf wurde beschlossen, dass der Schuster gegen den Heiden streiten sollte. Der Schuster übernahm es und besiegte glücklich den Feind. Zum Lohne dafür gab ihm der Kaiser das Recht, sich drei Gnaden auszubitten. Der anspruchslose Mann, dem jetzt alle Goldtöpfe offen standen, bat sich auch nur dreierlei aus. Erstlich eine Wiese in der Nähe von Lauingen, aber nicht für sich, sondern für die Stadt. Zweitens wünschte er, dass seine Gemeinde mit rotem Wachs segeln dürfe, was sonst keinen unmittelbaren Orte gestattet war. Zum Dritten bat er, dass die Herren von Kalantin eine Möhren im Wappen führen möchten. Alle drei bescheidenen Wünsche wurden gewährt. Der Däumling Georg blieb in der pappenheimischen Familie, wurde in Gold gefasst und geteilt. Die eine Hälfte befindet sich zu Kaisheim, die andere zu Pappenheim. So, ich habe, wie gesagt, etwas vorbereitet. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Ich habe hier meinen ganzen Tisch fehlt mir hier. So, wie in der Sage angekündigt, das ist das Wappen von Lauingen. Doch natürlich ist der Grund dafür ein anderer. Ursprünglich zeigte das damals noch als Siegel, ein Männerkopf mit langen Haupthaar, Bart und einer Bügelkrone. Hier ein Bild aus dem Jahre 1270. Nein, Spaß. Ich habe im Wettnetz leider kein Bild gefunden und das Lauinger Archiv wollte mir auch keins schicken. Es wird vermutet, dass es sich hierbei, wie sollte es auch anders sein, um Kaiser Friedrich Rothbart handelt. Doch mit den Jahrhunderten änderte sich das Siegel. Auf einer Urkunde aus dem Jahre 1440 fehlt dem Manne nun der Bart und trägt statt einer Bügelkrone eine Blattkrone. Und etwas später kam auch noch eine Pelzhalskette, eine Perlenhalskette hinzu. Naja, und schon elf Jahre später wurde daraus ein Murrenkopf mit Halskette, Ohrringen und Mauerkronen. Es ging weiter, es ging weitere Jahrzehnte ins Land, bis aus dem Siegel schließlich das Wappen wurde, wie wir es heute kennen. Im Grunde also ist das wie ungewollte stille Post, nur ausgedehnt auf Jahrhunderte. Und ich würde es mir so erklären, dass der Siegelstempel, als der Stempel auf dem warmen Wachs drückt, sich im Laufe der Zeit abgenutzt hat und kaputt ging. Wenn dann nun ein neuer angefertigt wurde, wurde das sehr wahrscheinlich nicht vom selben Handwerker gemacht. Der neue Siegelstempelmacher musste also nun anhand von alten Wachssiegeln oder dem bereits abgenutzten Siegelstempel einen neuen anfertigen und hatte dabei Dinge hineininterpretiert, die vorher nicht da waren. So, und nun macht man das über Jahrhunderte hinweg ein paar Mal und schwupps, wird aus Barbarossa ein. Ich denke, was ich will und was mich beglückt, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Gut, mach mal weiter mit der nächsten. Nächste Sage. Und die nächste Sage heißt Der Rosenstrauch zu Hildesheim. Als Ludwig der Fromme im Winter in der Gegend von Hildesheim jagte, verlor er ein Kreuz, das er stets bei sich zu tragen pflegte und sehr wert hielt. Zugleich schickte er viele Leute auf die Suche und so groß war sein Verlangen nach dem verlorenen Gegenstande, dass er gelobte, da eine Kapelle zu bauen, wo es gefunden werden würde. Die Diener verfolgten nun die Spuren der gestrigen Jagd auf dem Schnee und sahen bald aus der Ferne mitten im Walde einen grünen Rasen, darauf einen grünenden, wilden Rosenstrauch. Als sie ihm näher kamen, sahen sie, dass das verlorene Kreuz daran hing. Sie nahmen es und berichteten dem Kaiser, wo sie es gefunden hätten. Alsbald befahl Ludwig an der Stätte, die von ihm gelobte Kapelle zu bauen und den Alter dahin zu setzen, wo der Rosenstock stand. Dieses geschah und bis auf diese Zeiten grünt und blüht der Strauch und wird von einem eigens dazu bestellten Manne gepflegt. Er hat mit seinen Ästen und Zweigen die Ründungen des Doms bis zum Dache überzogen. Gegenwärtig ist der halbe Dom davon überwachsen. So, erst mal ein Bild des Rosenstrauches. Rosenstrauches, das war er um das 19. Jahrhundert und so sieht er heute aus. Dabei handelt es sich um eine Hunsrose, die mit Abstand häufigste Rosenart in Mitteleuropa. Und sie gehört zu den Pionierpflanzen, was bedeutet, dass sie am liebsten dort wächst, wo andere nicht wollen oder schlichtweg nicht können. Darum wird sie gern als Bodenbefestiger an Hängen, Böschungen und Halden genutzt, zur Wiederbegrünung von Lehm und Sandgrüben und als Rosenunterlage für andere Rosenarten, die dramatisch wie sie sind, dir gleich wegfaulen, weil der Bodenwert sich verändert hat. Oder anders gesagt, die Hunsrose ist der Markus Rühl unter den Rosen. Aber nicht nur ihre gute Anpassungsfähigkeit wird geschätzt, nein, auch ihre Früchte, die Hagebutte, so nennt man jede Frucht der Rose, wird für die Zubereitung von Tee, Wein und Öl verwendet. Nun wieder zu Hildesheim. Das zehn Meter hohe Exemplar, das so fleißig den Mariendom besteigt, wird der tausendjährige Rosenstock genannt. Und tatsächlich wird das Alter dieser Pflanze auf mindestens 700 Jahre geschätzt. Der Grund für das hohe Alter liegt an der Fähigkeit, sich fortwährend zu erneuern. Unterirdische Ausläufer bilden um den Stock neue Wurzeln und neue Triebe, die genetische Kopien der Mutterpflanze sind. Somit klont sich die Hunsrose immer wieder. Und weil es sich genetisch gesehen zu 100 Prozent um dieselbe Pflanze handelt, kann die Hunsrose bei optimalen Bedingungen so alt werden. Im Übrigen ist diese Fähigkeit auch der Grund, wieso die Pflanze überhaupt noch steht. Denn am 22. März 1945 gegen 14 Uhr verbrannte der Stock und lag unter den Trümmern nach einem Bombenangriff der britischen Royal Air Force zusammen mit den Bombern der kanadischen Luftstreitkräfte. Im Übrigen ist diese Fähigkeit auch der Grund, äh, ja, genau, jetzt bin ich hier leider umgekommen. Man wollte mit Spreng- und Brandbomben gezielt einen Feuersturm in den Hildesheimer Altstadt erzeugen, weil diese voll mit alten Fachwerkhäuser waren, die wegen dem hohen Holzeinteil wunderbar brannten. Insgesamt 1500 Zivilisten starben, wovon der Angriff jeden Dritten dabei so entstellte, dass man die Identität nicht mehr feststellen konnte. Jetzt habt ihr vielleicht eine ungefähre Vorstellung, wie heftig das damals war. Also eigentlich ein Glück, dass der Rosenstrauch jetzt überhaupt noch steht. So, machen wir weiter mit der nächsten Sage. Das Rad im Mainzer Wappen. Im früheren Mittelalter waren die Klöster vielfach eine Versorgungsanstalt für adelige Familien. Allgemein war es üblich, dass Ritter nach einem wild bewegten Leben die Ruhe des Klosters aufsuchten, nachdem sie diesen einen Teil ihres Gutes geschenkt hatten. Nicht selten wurde aber auch der jüngste Sohn eines Hauses schon im früheren Jahren der Kirche übergeben, damit sie später hohe kirchliche Ämter erhalten möchten. Ausnahmsweise wurde nun im Jahre 1009 Williges, ein frommer und gelehrter Mann zum Bischof von Mainz gewählt, ob schon er armer Herkunft war. Sein Vater soll ein Wagners Mann, Wagenbauer, gewesen sein. Darüber ärgerten sich die adligen Stiftsgenossen, nahmen Kreide und malten überall Räder an die Türen und Wände seines Schlosses, um ihn danach durch die Erinnerung an seine armselige Familie zu beschämen. Als der weise Mann nun merkte, dass man ihn verspotten wolle, ließ er einen Maler rufen, dem er befahl, mit guter Farbe in allen seinen Gemächern weiße Räder auf rotem Felde zu malen und darunter zu schreiben, Williges, Williges, denk woher du kommen siehst. Daher rührt es, dass alle Bischöfe zu Mainz weiße Räder im roten Schilde führen. Ähnliches wird von Hildebrand erzählt. Als Kaiser Friedrich III. in Rom war, wo er drei Päpste absetzte und in die Verbannung schickte, wohnte ein Zimmermann in der Stadt, der einen kleinen Sohn hatte. Das Kind spielte mit den Spänen, wie sie den Vater bei der Arbeit abfielen und legte sie in buchstabenweise zusammen, ohne sich natürlich etwas zu denken, denn das Büblein konnte weder lesen noch schreiben. Da kam ein Priester hinzu, sah das Spielwerk des Kindes und las aus den Spänen Dominibar amari asque adet mare. Ich werde Herr vom Meer bis zum Meere. Der Priester erstaunte über diese Entdeckung, sah daraus einen Finger Gottes und schloss, dass dieses Kind einst Papst werden müsse. So überzeugt war er von der Tatsache, dass er dem Vater seine Gedanken mitteilte und diesem Rät den Knaben auf die Schule zu schicken. Das tat der Zimmermann. Später kam Hildebrandt an das Kaisershof und war dem Schreibern wegen seiner Anstelligkeit sehr lieb. Aber des Kaisers Sohn, der nachher auch Kaiser war, Heinrich IV., tat dem Schüler viel zu Leide, als ob er ihn ahnte, was er einst von ihm ausstehen würde. Der Kaiserin war den Neckereien anstößig, der Kaiser spottete über seinen Sohn, dass er seinen künftigen Würde nicht besser achte. Einmal träumte diesem aber, dass dem Hildebrandt lange Hörner wüchsen, womit er seinen Sohn aufhübe und in das Horb wirfe. In den Kot. Er teilte diesem Traum seiner Gemahlin mit, und die deutete ihn so, dass Hildebrandt Papst werden und ihren Sohn aus dem Reiche werfen werde. Da ließ der Kaiser den Hildebrandt in den Turm zu Hammerstein werfen und wehnte, dass er der Gotteswille wenden möchte. Da ihn aber die Kaiserin tadelte, dass er den armen Schüler eines Traumes wegen so schändlich behandle, ließ er ihn wieder frei. Da ward Hildebrandt ein Mönch, fuhr mit seinen Abten nach Rom und ward jüngst Papst. Über die Entstehung des Wappens gibt es neben der Geschichte auch noch andere Theorien. Ich will hier jetzt aber nicht die ganzen Einzelheiten ausbreiten, darum nur so viel. Es scheint sich um ein Christusmonogramm zu handeln, also ein aus Buchstaben geformtes Zeichen zu Jesus Christus. Oder es ist das Feldzeichen Kaiser Konstantins, oder das Zeichen eines keltischen Sonnengottes oder persischen römischen Sonnengottes. Eins von allem wird es sein. So, dann kommen wir heute zur letzten Sage. Upsala. Und die letzte Sage heute heißt König Heinrich III. Kaiser Konrad der Franke befahl, dass man die Friedensbrecher enthaupten solle. Nun war Graf Leopold von Kalf in einer Fede verwickelt worden, fürchtete daher des Kaisers Zorn und flüchtete bei dessen Annäherung in einer Mühle in einer verlassenen Gegend des Schwarzwaldes. Dort gedachte er sich mit seiner Frau, mit einem neugeborenen Kinde zu verbergen, bis ihm die Huld des Kaisers wieder würde. Nun wollte der Zufall, dass der König auf der Jagd an dieser Mühle vorbeikam. Der Graf hörte das Getöse des herrannahmenden Zuges, glaubte nicht anders, als dass man ihn suche, und verbarg sich eilig im Dickicht. Seine Frau musste aber mit dem Kindlein zurückbleiben. Da war es dem Könige, als hörte er eine Stimme rufen. Das Kind in der Mühle wird einst ein Tochtermann werden. Konrad erschrak, denn er wusste nicht anders, als dass es sich um das Kind einer Bäuerin handele. Er wollte dem zuvorkommen, dass seine Tochter einem Bauern zuteil würde, schickte nach Herodes Art in die Mühle und befahl, das Kind zu töten und als Wahrzeichen ihm das Herz desselben zu bringen. Die Diener aber fürchteten Gott, setzten das Kind aus, ohne es zu töten, und brachten dem Kaiser ein Hasenherz, das dieser den Hunden vorwarf. Im Gefolge des Kaisers fand sich auch der Herzog Heinrich von Schwaben. Der hatte sich verspätet, ritt allein und fand das Kindlein, das er mitnahm, und als eigenes Kind aufzog, denn er hatte keinen Erben. Die Herzogin war es zufrieden, und also war das Kind getauft und Heinrich genannt. Niemand hielt es für etwas anderes als das Herzogssohn. Erwachsen wurde der Knabe an Konrads Hof gesandt, wo ihm der Kaiser bald gewogen wurde. Da auf einmal wurde Konrad ins Ohr geflüstert, der junge Herr wäre nicht das Herzogssohn, sondern ein Findling aus dem Schwarzwalde. Da erinnerte sich Konrad an jene Weissagung, rechnete nach und wurde davon überzeugt, dass der Jüngling jener Bauerssohn sein müsse, den er damals unschädlich gemacht zu haben meinte. Wieder wollte er dem Schicksal entgegen sein und den jungen Mann wegräumen. Er schrieb also einen Brief an die Kaiserin, indem er ihr befahl, den Übeltäter desselben töten zu lassen, den Überbringer desselben töten zu lassen. Den Brief gab er Heinrich und befahl ihm, selbst das Schreiben ihr abzugeben. Heinrich argwöhnte nichts Schlimmes und trat die Reise fröhlich an. Unterwegs musste er in einer Herberge übernachten und übergab seine Reisetasche dem Wirte zur Aufbewahrung. Dieser Wirt war aber ein Gelehrter, hatte Schulen besucht und verstand wohl, Geschriebenes zu lesen. Außerdem war er sehr neugierig. Als der Jüngling schlief, machte er sich über die Tasche her, öffnete den Uriasbrief und las den Blutbefehl mit Grausen. Da tat es ihm bitter leid, dass ein so schöner junger Mann, der Sohn eines Herzoges, ohne sein Schuld so schmächlich zur Tode gebracht werden sollte. Er wollte ihn retten, gleich viel, ob es ihm gedankt werden würde oder nicht. Also setzte er sich hin und fälschte das Schreiben. In diesem war nun zu lesen, dass die Kaiserin den Jünglingen sofort und unweigerlich ihre Tochter zur Gemahlin geben möge, wenn ihr Leib und Leben lieb sei. Hierauf schloss er das Schreiben wieder und brachte auch das Innensiegel mit, mit allem Fleiße so in Ordnung, dass niemand den Betrug merken konnte. Die Kaiserin war wohl erstaunt über den plötzlichen Entschluss ihren Gatten, getraute sich aber nicht, ihm zuwiderzuhandeln, machte also kurzen Prozess und verheiratete die beiden. Inzwischen aber hatte auch der Herzog von Schwaben nachgeforscht. Weniger da im Schwarzwalde aufgelesen und davor die Wahrheit. Als Konrad nun die neuesten Nachrichten von seiner Gattin vernahm, sagte er, nun merke ich wohl, dass Gottes Ordnung niemand zu hintertreiben vermag. Freute sich, dass alles so gekommen und brachte Heinrich, der nachmals König wurde, zu hohe Ehren. Heinrich stiftete später das Kloster Hirse anstelle der Mühle, mit die seine ersten Tage gesehen hatte. So, ja, ein glückliches Ende, sehr gut. Nun, das Kloster Hirse gibt es noch. Allerdings wurde es während des fälschesten Erbfolgekriegs zusammen mit der Anlage 1692 von französischen Truppen niedergebrannt und später abgetragen, weil man die Steine im Mauerwerk für den Wiederaufbau von Kalf brauchte. Nur die Marienkapelle und der romanische Nordturm blieb vollständig erhalten. Naja, wer möchte, kann das Kloster gern besichtigen. Das spült ein bisschen Geld in die Kassen, was nicht nur der Stadt sehr freut, sondern auch das Finanzamt von Kalf, das sich ebenfalls auf dem Klostergelände eingerichtet hat. Naja, erst beten, dann Steuern zahlen. So, das war's für heute. Vielleicht kann ich das irgendwann mal nochmal machen mit in dieser Gegend. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bei? Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020